Kollege, weg! Herzlich willkommen zum persönlichen Statement, zur persönlichen Erklärung. Ich möchte die Öffentlichkeit und insbesondere die grünen Wählerinnen und Wähler, aber auch meine vielen Parteifreundinnen und Freunde über eine persönliche Entscheidung informieren. Ich bin seit 2008 Parteichefin der Grünen. Ich habe mein berufliches Leben als engagierte Umweltjuristin begonnen. Ich habe Atomkraftwerksbetreiber geklagt. Ich bin als Aktivistin auf Baustellen gesessen. Und ich habe mich als junge Frau auch immer für Gleichstellung, Selbstständigkeit von Frauen, für ihre Unabhängigkeit, für die Vereinbarkeit von Partnerschaft, Job, Kindern, für ihre Sichtbarkeit in Politik und Wirtschaft und Gesellschaft eingesetzt. Ich habe dann als Quereinsteigerin in den Grünen meine politische Heimat gefunden und sehr rasch dann als Stellvertreterin von Alexander Van der Bellen Führung übernommen. Jetzt ist für mich der Zeitpunkt gekommen, diese Führung abzugeben. Seit 1999 bin ich leidenschaftliche Parlamentarierin, Abgeordnete. Ich habe in all diesen Jahren zunächst als Nummer zwei hinter Alexander Van der Bellen drei Nationalratswahlkämpfe geführt und dann eben 2008 die Partei übernommen. Und als Kärntner Wirtshaus-Tochter, die erste, die in ihrer Familie auch ein Doktorat abschließen durfte, habe ich dann als Nationalratspräsidentin auch ins Parlament als Ganzes vertreten dürfen. Das war für mich auch eine besondere Auszeichnung. Und ein historischer Erfolg für mich, das war der Einzug der Kärntner Grünen in den Landtag. Das waren die letzten Landeswahlen, wo wir noch nicht vertreten waren im Landtag. Es gab dort eine 10-Prozent-Hürde. Ich habe damals meinen Wohnsitz von Wien nach Kärnten verlegt und Seite an Seite mit Rolf Hohlob in allen Wirtshäusern von Klagenfurt und Umgebung wahlgekämpft. Wir hatten sogar einmal fast eine Schlägerei. Aber dadurch wurde der Grundstein für die Ablöse der FPÖ gelegt und die Hypo-Aufklärung konnte dann letztendlich beginnen. Das war übrigens das einzige Mal, wo mir Johannes Fockenhofer gratuliert hat, also nach diesem Einzug. Als ich die Partei übernommen habe, gab es viele kritische Stimmen. Manche haben gesagt, die Grünen werden ein Drittel der Wählerinnen und Wähler verlieren. Ja, manche haben gesagt, ja, warum die? Es kam aber ganz anders. Wir haben als Team die erfolgreichste Phase der Grünen in Österreich und auch europaweit beachtet geschafft. Die 12,5% bei der Nationalratswahl. In Niederösterreich ein Plus, in Kärnten plus 7%, in Tirol ein Plus, in Salzburg plus 12%, die Nationalratswahl, dann die Europawahlen plus 5%, Vorarlberg plus 7%, Burgenland ein Plus, Steiermark ein Plus, Oberösterreich ein Plus. Die Regierungsbeteiligungen und dann das Projekt Van der Bellen in die Hofburg, der erste grüne Präsident Europas. Das haben wir, das habe ich maßgeblich betrieben und unterstützt. Und wir haben gesehen, was alles geht und was alles möglich ist. Es war immer mein Anspruch, auch mutig zu sein, die Grünen als Gestaltungskraft zu etablieren, zu sehen, an unsere Kinder zu denken, für die Absicherung unserer Lebensgrundlagen, für Umweltschutz, für Klimaschutz, für Menschlichkeit, für Seriosität, für Respekt und vor allem auch Solidarität mit den Schwächsten. Ich habe eine Entscheidung getroffen und es ist eine zutiefst persönliche Entscheidung. Ich werde nicht mehr als Spitzenkandidatin für die Grünen zur Verfügung stehen. Ich werde all meine Funktionen zurücklegen, die Bundessprecherin, die Klubobv und auch mein Nationalratsmandat. Es gibt keinen bestimmten Anlass für diese Entscheidung. Sie ist gereift über längere Zeit. Natürlich ist es zugespitzt jetzt durch die Neubahrsituation, aber in aller Offenheit. Ich habe eine Familie, ich habe zwei wunderbare Kinder, zwei Söhne und es hat körperliche Warnsignale gegeben, die ich ernst nehmen muss. Und ich habe gegenüber meiner Familie eine Verantwortung und meinen Kindern, dass ich gesund bleibe, dass ich in voller Gesundheit für sie da bin. Als Mutter Gesundheit aufs Spiel zu setzen, den allergischen Schock, das Wissen, dass eine Spitzenfunktion in der Politik 24 Stunden Verfügbarkeit sieben Tage die Woche bedeutet, hat mich zu der Entscheidung bewogen, in der Zeit, wo sie mich eben jetzt noch ganz besonders brauchen, mich gegen dieses berufliche Engagement zu entscheiden. Bei aller Freude bis zum gestrigen Tag, die mir die Politik gemacht hat und die Arbeit an der Verbesserung der Lebensbedingungen für die Menschen in Österreich. Den Job eines Parteichefs, einer Parteichefin kann man nicht ewig machen. In Zeiten dieser medialen Zuspitzung reibt das jeden Menschen einfach auf. Und ich habe vier ÖVP-Chefs erlebt, überlebt. Ich habe drei SPÖ-Chefs erlebt. Nur Strache teilt mein Dienstalter. Und ich sage jetzt ganz ein bisschen spöttisch, ich glaube, ich sehe noch nicht so alt aus, wie mein Dienstalter eigentlich sein sollte. Aber eine kritische Anmerkung, die politische und mediale Aggressivität hat wahnsinnig zugenommen. Und ich appelliere an uns in der politischen Branche, aber auch an die Medienbranche, sich rückzugesinnen auf das, was wirklich relevant ist und nicht das, was man dramaturgisch brutal überspitzen kann, wo man Klicks, Quote, Aufmerksamkeit und Wählerinnen- und Wählerängste sozusagen mobilisieren kann. Und da hat auch die Politik in den letzten Jahren sicher selbst auch über das Ziel hinaus geschossen. Ich appelliere an alle in den Social-Media-aktiven Menschen, insbesondere Anstrengungen zu unternehmen gegen Hass und Aggression im Netz, die Debattenkultur zu verändern, zu verbreitern, dass nicht allein nur der Hass das dominante Element im Netz bleibt. Und ich werde daher alle meine Aktivitäten gegen Hass im Netz, auch als Privatperson, alle Musterklagen mit aller Kraft fortsetzen gegen Facebook und Co. Insbesondere auch dann, wenn es um verbal sexualisierte Gewalt gegen Frauen im Netz geht. Das werde ich persönlich mit aller Kraft weiter betreiben. Als überzeugte Parlamentarier möchte ich noch eine Lanze für die parlamentarische Demokratie brechen und warnen vor dem Konzept und dem Wunsch vor dem sogenannten starken Mann. Ich möchte erinnern an Politikerinnen wie Barbara Brammer und Sabine Oberhauser, die für Lösungen und Sachlichkeit standen, Lösungen und Sachlichkeit im Vordergrund und nicht das Duell der Eitelkeiten und der persönliche Ehrgeiz. Ich war sehr oft die einzige Frau in diesen politischen Runden, sehr oft die einzige Frau unter den Parteichefs, unter den Klubaubleuten in politischen Diskussionen. Und ich behaupte, wenn es mehr Frauen in Führungspositionen gäbe, dann hätten wir auch eine andere politische Kultur. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken für korrekte und respektvolle, seriöse Berichterstattung. Ich sage aber auch, dass es in der Medienbranche einzelne Persönlichkeiten gibt, die die Republik regelrecht vergiften und unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt damit gefährden, die keinen Respekt vor einer anderen Meinung haben, die journalistische Sorgfalt und Recherche vermissen lassen oder einfach zutiefst sexistische Machos sind. Ich möchte mich auch bei meinen politischen Mitbewerbern bedanken für die Kooperation, aber auch für die Auseinandersetzung. Sie hat mich weitergebracht, sie hat mich gefordert. Ich möchte mich bedanken bei Alexander Van der Bellen und Sander Doris. Ich möchte mich bedanken bei meinen engsten Team, bei meinen Geschäftsführern und Stellvertreterinnen, bei Dieter Proos, bei Robert Luschnig, bei Werner Kogler, bei Ingrid Philippe, bei Albert Steinhauser. Ich möchte mich bei meinem Büro bedanken, bei Barbara Wurzer. Ich möchte mich beim Presse-Team bedanken, stellvertretend Karin Strobl, Sebastian Wedel. Ich möchte mich bei allen Abgeordneten bedanken, beim Parteivorstand, bei den Landesrätinnen, bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Bundesbüro und im Klub. Ganz herzlichen Dank für die viele, viele inhaltliche Arbeit. Den vielen Mitgliedern und Aktivistinnen in den Gemeinden. Und ein ganz besonderes Dankeschön an Hansi Eitler von den Grünen Andersrum, an Christian Nohel, an Lothar Lockl, an Stefan Wallner und Martin Ratschaby. Danke an meine Wählerinnen und Wähler. Danke an meine Söhne Benjamin und Sebastian und danke an Volker. So, wie geht es nun weiter? Der Bundesvorstand morgen in Salzburg wird tagen. Es werden Entscheidungen getroffen werden in aller Verantwortung. Und wie geht es mit mir weiter? Mein Ziel ist es, die Ziele der Nachhaltigkeit, aber auch die Sichtbarkeit von Frauen in der Gesellschaft, das weiterzubringen, Zukunftssicherheit weiterzubringen. Und das wird jetzt mein letztes Statement in einer politischen Öffentlichkeit fürs Erste. Und ich bedanke mich bei Ihnen allen und wünsche Ihnen alles Gute. Und wir werden uns mit Sicherheit noch irgendwann im Leben begegnen. Danke, liebe Eva. Danke für deine Worte. Und machen wir noch eine Runde? Oder wünschen wir einen schönen Sommer? Machen wir noch eine Runde. Günther. Ja, ich kann das jetzt nicht so unmittelbar beschreiben. Es war kein direkter Moment. Also wie dann klar geworden ist, es geht jetzt in Richtung Neuwahlen, war mir bewusst, ich sitze jetzt in einem fahrenden Zug und muss mich einfach entscheiden. Das war jetzt in den letzten drei, vier Tagen einfach der Fall. Und die Entscheidung ist in die Richtung gefallen, ich bin meiner Familie schuldig, in voller Gesundheit für sie da zu sein. Danke, Herr Schramm. Welche Rolle hat es denn, wie die anderen Parteien sich jetzt neu aufgestellt haben, dass ein sehr harter Wahlkampf auch zu erwarten ist, und dass die Grünen auch jetzt noch nicht überlegt werden? Das hat mich jetzt nicht so gestört, weil das ist eigentlich öfters der Fall gewesen. Also schwierige Wahlkampfsituationen sind ja eher eine Herausforderung. Es war wirklich eine zutiefst persönliche Entscheidung. Also nach wie vor, Freude an Politik ist in meinem Herzen direkt vorhanden, aber es war eine persönliche Entscheidung. Christian Hammer. Also da werde ich mich jetzt nicht wirklich einmischen, sondern das ist jetzt eine Entscheidung der Parteigremien, aber die werden das mit Sicherheit mit großer Verantwortung hinbekommen. Es ist morgen der erweiterte Parteivorstand in Salzburg. Es gibt ja viele fähige Persönlichkeiten. Ich werde mich dann nicht mehr zu Wort melden und ich vertraue auf die Weisheit der Gremien, was die Nachfolge betrifft und auch die Spitzenkandidatur. Also natürlich, mein Ansatz war immer mehr Sichtbarkeit von Weiblichkeit. Also Führungskompetenz muss nicht immer nur in Anzügen und in Slimfit daherkommen. Und das ist, glaube ich, auch der Anspruch, den die Grünen stellen werden. Michael Sprenger, die Voraussetzung. An Ihrer Erfahrung, Herr Präsident, könnte man auch eine Strennung bei sich verbrauchen, dass die Partei beantwortet ist und die Partei bei der Nationaltagswahl von den anderen umgesetzt wird? Halte ich wenig davon. Also Blick nach Deutschland. Ich könnte mich jetzt auch bei den deutschen Grünen bewerben, die hätten wahrscheinlich gern zwölf und halb Prozent. Aber ich glaube, dass diese Entscheidung damals historisch ganz relevant war, eine eindertige, klare Spitze zu haben. Und in die Richtung würde ich auch die Grünen sehen. Gut, wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, liebe Eva, ich wünsche dir einen schönen Sommer, auch vom Kontin, alles Gute. Und wir gehen jetzt was bauen. Genau, ich danke Ihnen.